moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen coolen unboxing video von mir für euch heute mit der max dohn heißkleber pistole am start hier es ist eine klebende pistole die anstelle von 9 mm geschossen zum beispiel heißkleber schießen kann aber auch nicht so weit wie bei einer baretta oder so sondern nur auf kurzer distanz so ein zentimeter vielleicht wofür benutzt man sowas das ist das multifunktionstool fürs basteln und aber auch für die heimdekoration und natürlich auch zum heimwerken und auch handwerker greifen oft auf heißkleber zurück denn das vorteil gegenüber silikon oder montagekleber ist der heißkleber ist in minuten abgekühlt sehr sinnvoll wenn die oberfläche nicht hitzefeindlich ist sozusagen so es ist eine kleine heißkleber pistole die mit 20 watt betrieben wird es ist eine sehr kompakte werkzeugtaschengröße klompakt gebaute heißklebepistole für diy sprich für heimwerker für für kleine handwerkssachen etc ist jetzt nicht für die großen baustellen gedacht sondern eher so für die kleinen futzi sachen also vor allen dingen fürs basteln und für kleine diy projekte und schnelle reparatur 30 klebestifte sind inbegriffen diese heißklebepistole besteht aus 30 klebestiften 7 x 130 mm sind die maße der klebestifte die könnt ihr nachkaufen sie sind dadurch umweltfreundlicher und es sind hochwertige heißklebestifte die hier mitgeliefert worden sind in der werkzeugtasche können natürlich auch noch andere werkzeug wie schraubenschlüsse schraubendreher zangen und so weiter aufbewahrt werden damit meinen wir den speck drumherum und diese mini heißklebepistole funktioniert super auf metall auf glas aus holz auf pappe auf kunststoff auf stoffe auf keramik auf leiterbahnen auf chips also im prinzip fast überall drauf bis der unterwasser ist ein bisschen schlecht ihr könnt zwar das ins wasser rein tauchen nur die klebe wirkung wird schnell aufhören weil das wasser natürlich den klebstoff sehr schnell abkühlen wird denn der klebstoff klebt nur wenn er heiß ist wenn er heiß ist dann klebt er im prinzip fast alles zusammen und wenn er wieder kalt wird spricht die thermische energie wieder abgeleitet wird die vorher in der heißklebepistole die den klebstoff verflüssigt hat wird er wieder fest so funktioniert das eine heißklebepistole ist wirklich sehr sehr sinnvoll für im prinzip alle anwendungen die man hat also wollt ihr mal schnell irgendwo was reparieren kein problem packt das mit heißkleber zusammen so ob kein ding nur wichtig ihr hört schon der name heißkleber bedeutet wenn ihr eure finger damit benetzt wenn ihr euren körper damit benetzt oder areas die doch keine hitze ab können dann solltet ihr darauf verzichten also ihr solltet darauf verzichten euch das auf die finger zu kippen während es im heißen zustand ist denn dann gibt es verbrennungen verbrennungsblasen etc also es ist schon ein werkzeug das vorne heiße suppe raus lässt diese heiße suppe wird dann innerhalb von sekunden sehr fest werden und richtig aushärten nach minuten der vorteil aber auch ist bei diesen heißkleber die könnte das jederzeit wieder warm machen und dann könnt ihr es wieder modellieren dann könnt ihr es wieder verändern könnte es auch entfernen etc denn wenn ich es wieder warm nach zum beispiel mit der spitze der heißklebepistole könnt ihr dort auch dann noch verändert verändert eingreifen in den bereich den ihr dort mit heißkleber eingesuppt hattet und das alles gibt es hier mit der mini wie die heißklebepistole von max dohn max dohn kommt mit einer schönen verpackung daher denn hier ist alles drin das ist auch sinnvoll denn die 30 klebe bolzen würden ansonsten ja überall rumfliegen so die tragegriff ist dran ihr könnt also schön damit shoppen gehen zum beispiel ein paar sachen noch mit einpacken oder so dazu denn hier ist noch plass drin und wenn wir das öffnen sehen wir uns mal ein was ist hier drin wir haben hier noch zwei gummies auf jeder seite hier ist ein gummi da ist ein gummi ins lagengummi wofür ist das um das produkt in ort und stelle zu halten egal was es ist am anfang ist natürlich die heißklebepistole auf der rechten seite und der satz von klebstoffen auf der anderen seite so schauen wir uns an was hier noch ist hot glue gun manually da steht haben genug schreckliche einmal zurückgabe richtlinien okay kostenlose rückgabe können wir also machen problemdiagnosen sind da die heißklebepistole selber auf deutsch ist beschrieben italienisch ist auch noch mit am start und englisch natürlich auch so aber es ist eigentlich recht einfach und simpel erklärt wie so ein ding funktioniert erst mal dieses zeugs hier ich sehe gerade sind auch farbliche noch dabei das ist super nice zum basteln denn wir haben hier guldene mit mit sternen staub wir haben hier grüne mit sternen staub wir haben hier purpur und pink und dunkelrot orange und durchsichtig durchsichtig verwendet man eigentlich so für handwerkliche sachen also sprich wo es einfach nur darum geht wir kleben jetzt sachen zusammen und diese sachen hier nehmen wir eher für dekorativen staff die können aber auch zusammen kleben also das ist jetzt blau habe ich noch gar nicht gesagt hier ist blau blau sau also ihr seht schön mit glitter effekt sehr schön wenn ihr etwas am basteln seid so jetzt kommen wir zum hauptakteur das ist der kumpel hier und der kumpel hier hat wohl ein langes kabel dabei das ist atypisch für so kleinere geräte die sind eigentlich meistens kurz kablig aber hier schön langes kabel und euro stecker warum weil das ganze ding mit kunststoff umzogen ist da brauchen wir also haben wir keine metall verbindungen deshalb brauchen wir auch keine erde was haben wir hier vorne wir haben so ein klapp ding damit das teil auch schön abgesetzt werden kann und nicht mit der spitze wo ich gerade dran fasse solltet ihr nicht dran fassen wenn sie aktiv ist hier wird ziemlich heiß da kommt nämlich der hot glue raus diese spitze ist ganz heiß wenn wir das irgendwo hinlegen würden einfach so würde das natürlich immer ein feuerfang gefährlich und hier in diesem vorderen bereich ist auch noch so ein gummi nippel drüber gezogen seht ihr hier den kann ich so ein bisschen rausziehen den paar ja wieder rein denn der ist auch wichtig wenn man nämlich hier vorne in die spitzen area kommt wird der euch eventuell noch ein bisschen von der hitze abhalten können so und dieses teil hier ist einfach zum hinstellen damit können wir es einfach auf den boden stellen auf den tisch stellen wo auch immer eine flache oberfläche und beim benutzen klappen wir das teil dann ein so dieses dinge hier das ist deshalb auch pistole weil guck mal sieht aus wie eine pistole dieses teil hier macht einen mechanismus seht ihr da ist hier oben seht ihr das so passt auf so so kommt es da rein so und jetzt können wir das mit hilfe dieses da ist es jetzt seht ihr hinten schieben wir das zeug hinein und dann würde das hier da in die pistole rein in diesem bereich ungefähr sind die hitze areas die dann alles erhitzen und vorne raus schieben und wie schieben wir das raus indem wir über diesen mechanismus hier diesen mechanismus nachschieben wenn ihr sieht wie da so eine lasche kommt und die schiebt dann das teil da rein so guckt da zack zack seht ihr jetzt ist es nämlich voll drin zack 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 so so könnt ihr das da rein schieben und dann bleibt das auch fest drin ich kann das jetzt mit gewalt wieder raus ziehen natürlich aber es ist schwierig und so wird dann der erste hinein geschoben kommt hier in den punkt wird erhitzt geht hier vorne in die düse wird dort appliziert spricht können wir verwenden und von hinten weil das ding ist ja irgendwann mal dann verschwunden schieben wir wieder neues nach und durch diese bewegung wird dann hinten der wieder angestuppst und wird dann weiter durch die hitze vorne durch die hitzestäbe gehen und dann dann dieses 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 jetzt gerade noch erkaltete und standhafte glustaff also heiß kleber dann heiß werden lassen dann kommt das hier vorne bei der freundin raus und kann benutzt werden okay so funktioniert das hier sondern an und ausschaltknopf am griff unten auch sehr wichtig um das teil an und aus zu machen eine led als info ob es an ist oder nicht aktiv also ihr seht die hot glue ganz selber arbeiten im prinzip alle nach dem gleichen prinzip von hinten also ist ein mechanismus der schiebt die einzelnen stäbe nach vorne in die brennkammer nenne ich sie jetzt mal in die melt chamber in die kammer wo sozusagen geschmolzen wird durch und vorne an der düse kommt dann das geschmolzene was wir zum kleben brauchen also geschmolzene klebstoff raus und wird dann zur verarbeitung irgendwo aufgesetzt der dann auskühlen kann und dann haben wir unseren job erledigt oder unsere dekorativität haben wir genügend getan das ist die reißklebepistole von max doh ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal sohn sohn